Willkommen zurück bei Witcher 3 Hearts of Stone. Ah, okay, hier geht es wieder um Pferderennen. Okay, hast du dann Bock auf ein Pferderennen oder wie schaut es aus? Mal schauen, ob Plötze da mithalten können. Also, ein Rennen. Jo, sehr gerne. Zeigen wir dem mal, wie man hier reitet. Äh, auf geht's, Plätze, komm. Ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Reit einfach mal an dir vorbei, Kollege, was hältst du davon? Mach mal einen Platz hier. Alter, kann der mal mit seinem behinderten Gelaber aufhören? Führe dein Rost an seine Grenzen. Oh, was zur Hölle geht denn jetzt ab? Was war das denn? Alles klar, ist das jetzt neu irgendwie, das... ...im Pferderennen aus heiterem Irland? Was ist das? Was zur Hölle? Schmeißen die eben einfach mal... Oh, Fässer in den Weg, oder was? Muss man kurz ein bisschen langsamer machen. Ja, ich versuch's gerade. Du kommst nicht vorbei. Wenn wir einmal um den See rum, oder wie ist das? Kann man eigentlich während dem Rennen... ...von... ...ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Halt doch einfach die Fresse. Äh, ich wollte fragen, ob man während dem Rennen von Monstern angegriffen werden kann. Das wär doch mal interessant zu wissen. Stuten aus Ophir sind vielleicht schnell wie der Wind, aber nicht so schnell wie Plötze. Ich gratuliere dir. Einen Sattel bekommst du, als Andenken an unseren Wettstreit. Damit wirst du ein noch schnellerer Reiter. Coole Scheiße, danke. Danke. Was sagst du dazu, Plötze? Ha, wie ein Mann sein Pferd behandelt, sagt viel über ihn. Unsere Legenden erzählen von einer Zeit, als die Liebe zusammenbrachte den Himmel und die... Alter, was der Lame! So wurde die erste Stute geboren. Jo, wahrscheinlich, ne? Sie fielen zahlreichen Gefahren zum Opfer. Die Stute zog sie groß und nährte sie mit ihrer Milch. Sie wurden stark. Dann ließ sie sie aufsatteln. Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Mhm. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten. Denn sie sind edel. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und für das Rennen. Ich achte mein Pferd. Habe ich schon immer. Kann ich jetzt einfach meinen Sattel mal anschauen, ob der überhaupt besser ist oder ob der wieder der größte Scheiße ist. Ja, ich habe auch schon mal geguckt, was er für Waren hat, aber der hatte nur drei Quintkarten. Und das war's auch schon. Boah, Alter, halt einfach die Klappe. Der Lava hat ja so eine Scheiße. Der hatte drei Quintkarten. Und was war's noch? Und sonst nur Edelsteine. Ich denke mal, die wird man dann vielleicht für irgendwas brauchen. Äh, was wollte ich jetzt? Ach, genau. Der Sattel hat 85... Der hat sogar fünf mehr. Hätte mich auch gewundert, wenn er einen Sattel im DLC nicht mehr gehabt hätte. Aber gut, schauen wir uns den Sattel mal an. Ah, nein, der schaut jetzt so aus wie der von seinem Pferd. Sick. So, jetzt können wir auch endlich mal mit dem Runenhändler hier reden. Äh, Runenschmied meine ich natürlich. Hallo, lieber Runenschmied, der hier drin hockt und Wasserpfeufe raucht, wie es ausschaut. Hallo. Ich grüße dich. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Verstehe mich nicht falsch, aber ehrlich, die Welt muss man nicht großartig preisen. Ah, Nordlinge. Immer unsympathisch, liegen das Gesicht in Falten, missmutig, kritteln sogar an Begrüßungen rum. Aha, aber jetzt bin ich grießgrämig. Und du willst handeln. Leider kann ich dir nichts schmieden. Ich habe alles verloren. Auch mein Werkzeug. Heißt, ich muss es für dich erstmal wieder zusammensammeln, oder was? Was machst du eigentlich genau? Bist du Handwerker oder Magier? Deine Sprache hat kein Wort für meinen Beruf. Doch, Runenschmied. Ich bin Gelehrter, Handwerker und Magier zugleich. Gematrie, Runenherstellung. Sagen dir diese Worte etwas? Runenherstellung zumindest. Nein, aber Runenherstellung erklärt sich ja wohl von selbst. Stimmt. Aber mein Handwerk reicht noch weiter. Runen und Glyphen fertige ich zuerst. Dann ordne ich sie zu mächtigen magischen Worten an. Diese Kunst hat viele praktische Anwendungen. Korrekt angefertigte Runensteine, in ein Schwert als magisches Wort eingesetzt, verleihen der Klinge größere Macht als bei zufälliger Anordnung. Solche Worte können auch aus Glyphen bestehen und in Rüstungen eingesetzt werden. Okay, das ist ja alles sehr, sehr gut. So, wo kriegst du deine Ausrüstung her, damit du das machen kannst? Und ich habe sogar schon verschwundene Gegenstände zurückgeholt. Für mich kannst du das nicht tun. Ich war auf einem großen Schiff. Es sank und hat meine Instrumente in die dunklen Meerestiefen gerissen. Einen Ersatz zu kaufen ist nicht möglich? Das hört sich natürlich ziemlich scheiße an. Was können wir jetzt machen? Deine Fähigkeiten könnten mir vielleicht nutzen. Daher würde ich dir gerne helfen. Was hältst du davon, wenn ich dir das nötige Geld bringe? Du könntest das mit Runen und Glyphen zurückzahlen. Ganz sicher? Eine hohe Summe? Eine hohe Summe brauche ich. Selbst einfachste Glyphen erfordern teure Werkzeuge. Komm doch einfach zum Punkt und sag mir die Summe. Also diese Südländer, die haben anscheinend die außerordentliche Fähigkeit zu labern. 5000? Hast du nicht gerade was von einer hohen Summe gesagt? Das sind doch Peanuts, Alter. Ja, komm. Nimm. Eine Steinausjade von angemessener Größe. Okay, habe ich sowas zufällig dabei? Mal sehen, was ich tun kann. Eine Steinausjade von... Moment. Finde eine Spitzhacke. Was? Der Typ hier verkauft doch Edelsteine. Hat er ja keinen dabei, oder was? Was hast du aus... Habe ich nicht selber irgendwelche Edelsteine? Makelloser Smaragd. Diamant. Smaragd. Hm, der hat kein Jahre, so wie es ausschaut. Hm. Lebe wohl. Pass auf dich auf. Geh... Halt einfach auf die Fresse. So. Hier ist irgendwo eine Spitzhacke, oder was? Oh mein Gott. Und jetzt? Besorge einen Brockenjade für den ophirischen Ruhenschmied. Okay. Da schauen wir doch mal hin. Hier, drei Stück. Jetzt ist wieder die Preisfrage. Sollen wir das erstmals... als erstes machen, oder... eine von den Quests hier. Das war ja einfach nur ein Hexerauftrag, glaube ich. Oder? Glaub ich schon. Machen wir jetzt auch nicht. Ähm. Ich würde eigentlich schon gerne mich um den... um den Typ hier kümmern. Dass man... Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich noch? 7000. Dass man hier mal... diese Runen machen kann. Das wäre doch echt nice. Höh. Hier oben ist ein versteckter Schatz. Ach, das habe ich wohl gerade beim Rennen aufgedeckt, hä? Dann gehen wir da doch mal schnell hin. Zu diesem versteckten... Moment, falsche Richtung. Den holen wir natürlich noch. Den versteckten Schatz. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie das mit diesen Runen abläuft. Anscheinend... Ich weiß nicht, ob man da dann irgendwas anfälligt, das dann in die Slots reinkommt. Oder ob man irgendwas dann da drauf tut, was die Slots ersetzt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass man seine eigenen Runensteine dann auf jeden Fall nicht mehr reintun kann. Die verfluchte Kapelle. Ein Sturm, verdammt. Natürlich, jetzt aus heiterem Himmel kommt hier ein Sturm. Bei der verfluchten Kapelle. Uh, 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 uh. Ähm. Ja, pipapo. Da wird schon irgendwas Spannendes drinstehen. Ich suche die Katakomben der Krypta. Hier hinten, oder was? Wo ist denn die Krypta? Hallo, kleines Reh. Hm. Hier oben, so wie es ausschaut. Ich glaube irgendwie nicht, dass hier eine... Ach doch, hier. Alter, die kommen ja jetzt aus heiterem Himmel. Soll ich da jetzt reinhüpfen? Und da sterbe ich nicht. Sicher. Ich komm da ja nicht mal rein. Ich komm da ja nicht mal runter. Ach, hat die Questführung hier wieder irgendeine Scheiße gemacht? Wo geht's denn hier dann in diese... Da geht's rein. Mein Gott, ey. Hallo. Ist hier jemand? Ist hier jemand zu Hause? Blut. Na, du. Verfluchte Mutter? Alles klar. Okay, ich muss da wohl... Die war ja jetzt nicht so die große Herausforderung. Aber gut. Die hat hier schon anscheinend ein paar... Äh? Ist das überhaupt Blut oder sind das Blütenblätter? Das sind Blütenblätter. Dann ist ja alles in Ordnung, wenn es nur Blütenblätter sind. 60 Ausdauer. Willst du mich verarschen? Wow, das war ja wieder mal so ertragreich, hier reinzukommen. Das ist ja echt der Wahnsinn. Was ist das? Das Abschiedsnotiz interessiert auch keinen Menschen, was die hier gemacht haben. Na ja, gut. Na ja, haben wir das halt auch mal erledigt. Dann mal auf zu der Jade. Zu der Jade? Zu dem Jade? Zu das? Hm. Der, die, das Jade? Die Jade? Das ist eigentlich eine gute Frage, was der Artikel, der vor Jade kommt. Einen Brocken Jade auf jeden Fall brauchen wir. Dafür müssen wir zu dem Vorkommen. Wo kann ich... Man konnte, glaube ich, relativ nah hin quicktraveln, wenn ich das jetzt gerade noch richtig im Kopf habe. Oder... Oder etwa nicht. Oh, geht eigentlich, oder? Yantra müsste am nächsten dran sein. Dann können wir einfach schnell da hochreiten. Und dann finden wir da hoffentlich direkt die Jade. Ich glaube, es ist die Jade. Das Jade? Ach, keine Ahnung. Zwiebeln in Öl? Pardon. Mit Braten und Zwiebeln. Na, plötzlich, wie gefällt dir so dein neuer Satte? Ist cool, oder? Steht hier echt wahnsinnig gut. So, auf geht's. Jade vorkommen. Das ist jetzt auch mal was, das haben wir echt noch kein einziges Mal in Witcher gemacht. Sachen abbauen mit einer Spitzhacke. Gibt's wahrscheinlich in jedem anderen Rollenspiel. Na gut, nicht in jedem, aber in vielen. Und wie mach ich das jetzt hier? Hier ist ein Zeichen. Von einem... Von einer gehängten... Von einer gehängten Hexe. Okay. Das ist ja nett. Oh, hier kann ich was. Ja, aber hier gibt's auch anscheinend welches. Dann nimmst du auch einfach mit. Ach, Geralt. Oh, hier gibt's nur ganz wenig. Ja, das nehme ich nicht mit. Bei den anderen gibt's bestimmt mehr. Wieso sammelt er nicht einfach... ...das Wenige auch zusammen? Oder braucht der Typ nur einmal in... ...seinem ganzen Handwerkerleben Jahre? Was war das denn für ne komische Animation? Oh, jetzt muss ich hier wohl in die Höhle rein. Was zur Hölle ist das denn? Hier ist auch ein versteckter Schatz. Was ist das? Das hab ich ja noch nie gesehen. Das sind Spinnen. Das sind Spinnen. Alter, das sind echt Monster. Das hab ich ja noch nie erlebt. Hä? Schlag doch. Das hab ich jetzt echt noch nie gesehen. In meinen zahlreichen Stunden als Monsterjäger. Dass man da noch auf neue Monster trifft. Verrückt. Die gehen aber... Alter, die bewegen sich schon ziemlich schnell, ne? Ja, da ist jetzt nicht... Guck mal, wie wenig Leben der da hat. Und der lebt immer noch. Boah, Leute, ihr seid... Das sind ja nervige Viecher. Die sind einfach irrsinnig schnell. Oh, hoffentlich haben die rote Mutter gehne. Nein, die haben einfach gar keine Mutter gehne. Da weiß ich, wie es ausschaut. Die haben einfach gar keine Mutter. Wir haben echt keine Mutter gehne dabei. Oh doch, die hat ein kleines Blaues. Was ist das jetzt wieder für ein Geräusch? Plötze, was geht denn mit dir ab? Wo ist sie... Ich glaub nicht, dass das Plötze ist, oder? Ey, verpiss dich vom... Alles klar. Ist alles in Ordnung? Oder wie schaut's aus? Ey, willst du dich... Jetzt wehrst du dich, oder was? Du hast Plötze verscheucht. Jagd doch Plötze nicht so eine Heidenangst ein, ey. Können auch einfach mal Plötze in Ruhe lassen. Ey, die hat aber ein rotes Mötogen dabei, glaub ich. So, hier haben wir jetzt diesen Typen, der anscheinend irgendwas dabei hat. Die Frage ist was? Verbogener Schlüssel und vergilbter Brief. Pfui, Spinne. Lies den Brief. Dass man immer vorher erst diese Sachen lesen muss. Kamerad. Weinbaden und im Luxus leben. Ade. Besuche die Höhle mit Hilfe deiner Hexers in der Nacht. Der Truh... Da ist ja noch eine Spinne. Man muss die irgendwie in die Enge treiben, weil... Guck mal, die sind einfach so scheiße schnell, diese Spinnen. Dass man da nicht rankommt. So. Hast du jetzt ein Muttergehen dabei? Nein, auch nicht. Okay, hier sind nur Pilze. Ich vermute mal, dass diese Kiste wahrscheinlich ein bisschen weiter drin ist. Und wir noch ein paar Spinnen treffen werden. Ja, dann haben wir doch gleich die nächste. Ich versuch's mal hier mit. Oh, das ist... Anscheinend die bessere Variante. Im Gegensatz zu Igni. Auch cool, dass man... Oh, das schaut ja cool aus. Dass man hier so eine Höhle erkundet. Mit Spinnen drin. Und es kommt so friedliche Musik. Was zur Hölle? Ist das Mama-Spinne? Uah. Wow, ist die... Die ist ja... Die ist ja übelst schnell. Ich sollte vielleicht auch einfach mal den Eintrag von denen lesen. Wäre doch ein Anfang, oder? Gott, hier war ich ja schon ewig nicht mehr drin. Guck mal, wie viele Sternchen hier sind. Weil ich hier die ganzen... Die ganzen Dinger nicht mehr angeguckt hab. So, wo sind denn jetzt die Spinnen? Wahrscheinlich hier. Was ist gut gegen die? Art und Axie. Okidoki. Dann machen wir hier die ganzen Sternchen noch weg. Jetzt haben wir hier Eisriesen. Gott, ich war hier echt schon ewig nie drin. Als irgendwann die Monster kein Problem mehr dargestellt haben, bin ich auch nicht mehr hier reingegangen. Also bin ich mit Art schon ganz richtig beraten eigentlich. Alter, guck mal, wie schnell die sich bewegt, ey. Was soll diese Kacke? Und die hält ja auch noch so viel aus. Ja, und das ging jetzt einfach ins Leere. Oh, die ist schon fast verblutet. Äh, geh doch hin! Alter, das gibt's nicht! Oh, Mann, ey. Gott, hoffentlich stickt man ja auf die Dinger nicht noch öfter. Die sind ja einfach nur entnervig. Hat die hier nichts dabei? Doch. Hier hat auch was dabei. Jawohl, alle Mutagene, die ich nicht brauche. Das ist doch schön. Da freut man sich. Da freut man sich drüber. Was liegt hier rum? Ist das... Ist das der Schatz? Okay. Einfach nur ein bisschen Geld. Also, ich weiß nicht. Am Anfang vom Spiel waren die Schätze... Echt gut. Also, man hat da einfach echt brauchbares Zeug gefunden, was man verwenden konnte. Aber mittlerweile braucht man die ganzen Scheiße einfach nicht mehr. Zu was brauche ich denn jetzt noch groß... Na okay, ich lehne mich jetzt noch nicht aus dem Fenster mit. Zu was brauche ich noch groß Geld. Weil ich einfach nicht weiß, was bei diesen Auktionen noch abgeht. Kann ja sein, dass man da sich auch noch für Unmengen an Geld irgendwas Tolles kaufen kann. Ich meine, dieses Runenscheiße hat jetzt auch 5000 gekostet. Und so viel hat, glaube ich, in dem Spiel noch nichts gekostet. Sonst, wenn von großen Mengen an Geld geredet wurde, waren es immer 400 oder so. So, jetzt müssen wir hier noch das... Jade Vorkomm finden. Ich frage mich gerade, ob ich mein Schwert selber reparieren muss. Aber eigentlich muss ich ja eh... In eine Stadt demnächst. Wo ist denn dieses Jade Vorkomm? Ist das hier direkt an der Höhle, oder was? Oder ist das auch in der Höhle? Ist das in der Höhle, oder ist das... Ja, das ist jetzt echt wieder eine gute Frage. Also, ich glaube, es müsste ja dann in der Höhle sein, oder? Ach, Leute. Jade, hallo. Wo bist du? Okay, das ist auch in der Höhle, so wie es ausschaut. Ah ja, da vorne ist es ja. Oder auch nicht. Was war das dann dann gerade? Dann ist es wohl auf der anderen Seite. Hier ist es. Ist das jetzt dann mehr als genug, oder ist das zu wenig? Das weiß man wieder nicht, ne? Bring den Jade Brocken zum Runenschmied. Doch, es war mehr als genug anscheinend. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ob man beim Runenschmied auch seine Waffen reparieren kann. Gute Frage. So, wo ist denn hier der nächste Quick-Travel-Punkt? Muss ich da wieder zu Jantra? Oder ich gehe einfach mal... Ja, lass mal das Fragezeigen hier noch mitnehmen, oder? Und dann gehen wir rechts oben nach Bogendorf. Hä, Plötze. Ich bin's. Plötze. Ich bin's. Alles ist gut. Alles ist gut. Du musst nicht vor mir wegrennen. Schauen wir mal, was bei diesem Fragezeigen noch ist. Oh, erstmal ein paar Wölfe. Die lassen wir da einfach mal links liegen. Und sonst... Wieder mal ein Wetterumbruch. Denn hier sind Erscheinungen am Start. Okay, dann müssen wir hier mal wieder... Äh, aufräumen, damit die... Bevölkerung zurückkehren kann, so wie's ausschaut. Aber das sind ja jetzt nicht... Das sind ja jetzt keine Ultra-Gegner. Erscheinungen. So, waren das alle? Ja, waren alle. Sehr gut. Und plötzlich ist wieder schönes Wetter. Mensch. Kann man's auch... Ah, man kann's auch wegdrücken. Okay. Ähm... Ja, ich würde die Erscheinungen auch gerne... Ganz gerne noch looten. Dass man da immer wieder... Wo völlig anders steht, ey. Okay, hier haben wir noch eine Kiste. Ah, ist noch ein bisschen Scheiße drin. Äh, wie schaut's hier so aus? Da liegt noch das Ganze. Äh... Da noch und hier noch. Na ja, gut. Äh. Wieso schreist du denn so, kleines Kind? Ist doch nichts passiert. Ist doch alles gut. Können wir jetzt mal schauen, ob wir bei dem Gräuterkundler hier noch irgendwas kaufen können, wenn wir den jetzt schon freigeschalten haben. Was? Was? Was hast du anzubilden, du Clown? So, was hast du denn da feines? Quenklüfe. Berndfell. Braucht keinen Mensch. Gruftvibe. Absurd. Ah, nehmen wir mal mit. Ah, nehmen wir auch mal mit. Sonst hast du ja nichts Großartiges. Alchemie? Hä, wieso soll ich mir denn Sachen von... Achso, ich kann dann selber da gleich gucken, oder was? Gruftvibe Absurd kann ich auch gleich herstellen. Sehr schön. Sonst noch irgendwas? Ey, das ist ja cool. Da ist jetzt immer eine... Das ist ja eine tolle Änderung. Da ist jetzt immer eine Zahl dran, wenn man was herstellen kann. Das finde ich eine sehr sinnvolle und auch gute Änderung. Okay, dann war nichts viel los zum... Äh, Quick-Travel-Punkt. In Bogendorf. Und dann sehen wir unseren netten persischen Runenschmied wieder. Der dann hoffentlich auch gleich direkt was für uns machen kann. Das wäre cool. Damit man... Damit ich endlich mal rausfinde, was... Was da genau eigentlich... Wie das abläuft. Wäre mal ein Anfang. So. Wo bist du? Hier. Hexer sind unfruchtbar. Ja. Schön. Herr Runenschmied. Hatte der eigentlich einen Namen? Ne, der hieß einfach nur... Oh. Jetzt ist er da oben, oder was? Der hieß einfach nur Runenschmied, ne? Wieso hat er zwei Schwerter? Ah, da hat er sich das ganze Equipment hier zugelegt, oder was? Wie's aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Kein Problem. Hat ja auch Vorteile für mich. Hoffentlich. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt, zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Er sagt jetzt aber dann nicht, dass er noch mehr Geld will, oder? Sehr gerne. Alter, was? Ein Runenschmied kann deine Gegenstände mit Runenwörtern und Glyphmöden verzaubern, um ihnen so eine mächtige Eigenschaft zu verleihen. Rufe verzaubern. 10.000? Du willst mich verarschen, oder? 10.000 nochmal. Alter, da kann ich echt nur hoffen, dass es in der... Wie kriegt man denn für solche Dinger? Ja gut, da, guck mal, dafür kriegt man 800. Kann ich dann die Dinger... Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber ich sollte erstmal hier gucken. Ah, er kann auf jeden Fall auch reparieren und Verbesserungen entfernen und verlegen. Zerlegen. Verlegen. Ja, er kann meine Sachen einfach mal verlegen. So, jetzt schauen wir das mal noch zusammen an, würde ich sagen. Im Rest der Folge. Verzaubern von Gegenständen. Hier werden Gegenstände angezeigt, die mit Runen und Glyphmöden... Es können Gegenstände mit drei Aufwendungsplänen verzaubert werden. Hier ist eine Liste von Verzaubern, die wir schon... Hm? Äh, Beschreibung der Verzaubern, hier erscheint die Beschreibung. Und was man dafür braucht. Äh... Okay. Ich frage mich gerade. Ach, man kann Fassungen hinzufügen. Nein, das möchte ich aber gar nicht. Das heißt, ich kann meine zwei Schwerter... Man kann nur Waffen und die Rüstung verzaubern, so wie es ausschaut. Also, ich werde jetzt erstmal... Man kann ja bei ihm reparieren, ne? Dann repariere ich mein Equipment bei ihm. Das machen wir jetzt auf jeden Fall mal, weil das sowieso gemacht werden muss. 6000 haben wir nur noch. Ja, der hat ja eigentlich... Geld am Start, der gute Mann. Dann können wir nämlich dem auch gleich mal noch den ganzen Scheiß hier verkaufen. So. Jetzt hat er kein Geld mehr. Und wir haben wieder 7000. Weil ansichtigen die Dinger hier schon was wert. Reparieren brauchen wir nicht. Verbesserung entfernen brauchen wir gerade eigentlich auch nicht. So. Jetzt gucken wir mal. Er hat also nur für die Schwerter... Glyphen... Äh, Runen. So, Boni von Rüstungs... Äh... Alter. Die Bonis sind dauerhaft? Okay. Haben Adrenalin-Punkte einen Höchstwert erreicht, nehmen sie stetig ab bis zum Wert 0. Bis dahin ist die Regeneration von Vitalität und Ausdauer erhöht und die eigene Vergiftung nimmt schneller ab. Ne, ich will eigentlich durchgehend hohe Adrenalin-Punkte haben. Aus dem simplen Grund, weil ich dann mehr Schaden mache. Was? Hand-Käse-Runen-Stein? Okay. Also für die Rüstung habe ich sowieso noch nichts. Die Rüstung lenkt alle Pfeile ab. Krasser Scheiß. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als schwer. Das ist auch gut. Treffen mit Art verringert die gegnerische Ausdauer um 50%. Dribbt ein Gegner auf den Achse gewirkt und wird der Effekt auf das nächste Ziel übertragen. Gegner, die mit irgendeinem Brand gesetzt werden, entflammen mit einer Chance von 25% andere Gegner im Umkreis von 2 Fuß. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das ist ja lustig. Das ist ja echt lustig. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir doch gleich mal Erhaltung drauf. Das ist, denke ich, das Sinnvollste in meinem Fall. Kann ich allerdings noch einmal machen, so wie es ausschaut. Auf welches Schwert öfters ging? Für Monster oder für Menschen? Ich mache es mal hier drauf. Aktuelle Runen und Dinger werden entfernt. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Was haben wir denn drin? Wieso kann ich hier... Ah, jetzt. Achso, das steht doch da auch da, oder? Ah, da steht es ja. So, Chance auf Betäuben haben wir da drin, Angeskraft und Einfrieren. Und hier auch Chance auf Betäuben. Ich finde es ehrlich gesagt, finde ich das mit Betäuben aber fast besser. Ich weiß ja nicht mehr, wie viel ist eigentlich der Schleifstein-Bonus. Ich kann es ja auf ein Schwert mal drauf machen. Ich mache es mal auf das Bärenstahlscher drauf. So, zack. Jetzt, hoffentlich ist das andere Zeug jetzt wieder in meinem Inventar. Und nicht weg. Ah, schaut schlecht aus. Ich werde schnell die Sternchen mal wegmachen. Das schaut jetzt... Oh, hoppla. Ah, ich glaube, das ist weg. Doch, ich habe eigentlich gedacht, das geht jetzt einfach raus aus dem Inventar. Na ja, gut. Äh, schauen wir mal, was er da noch für Schemas hat. Schemata. Okay, für irgendwelche Runen. Und Glyphen. Jo, okay. Ja, das heißt, wir müssen in den nochmal 10.000 investieren, damit uns das noch mehr bringt. Das ist natürlich eine unmenschlich große Summe, ey. 10.000. Das ist einiges. Mein lieber Schieber. Dafür, dass ich eigentlich ziemlich verschwenderisch immer mit dem ganzen Geld war. Und immer mehr oder weniger drauf gekackt habe. Naja, kann man diese Absurde verkaufen? Könnte man schon, aber die bringen nicht wirklich viel. Irgendwoher müssen wir uns mal eine Geldquelle holen. Irgendeinen Scheiß muss ich mal loswerden. Na gut, hier haben wir auch noch 1.000 Gold rumfliegen. Muss ich halt noch wechseln. Ansonsten muss ich einfach mal scheiße hier. Zum Beispiel diese ganzen Bücher und den ganzen Kack. Muss ich mal verkaufen. Na gut. Dann soll es das für diese Folge gewesen sein. War jetzt dann wohl eher die Runenschmied-Folge. Um da mal einen Einblick dafür zu kommen. Äh, zu bekommen. Nächste Folge gehen wir dann zu Shani. Und versuchen was über die Familienkrypta der Evericks herauszufinden. Um dann mit dem toten Bruder endlich feiern zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.